Also Leute, mein Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu deinem wundervollen Vlog. Wir und damit meine Steffen und ich befinden uns in Düsseldorf auf der Rhein-Kirmes. Keine Ahnung, was ich heute fahren möchte oder ähnliches. Dennoch wünsche euch ganz viel Spaß mit der Master-Movic. Also, wir kommen gerade raus aus dem Bruchbreaker. Fahrt war ganz nett. Fahrt seit 4,5 Minuten. Ich kann mir denken, wo er rein möchte. Könnten wir aber rein theoretisch auch noch mal, wenn es regnet. Das stimmt. Nein, einfach mal schauen wir mal. Denn was ihr halt nicht wisst, soll in naher Zukunft anfangen zu regnen. Wollten dann zu essen gehen und so, aber man kann ja trotzdem erstmal das gute Wetter noch nutzen, solange es denn noch da ist. Einfach, weil ich es noch nie gemacht habe. Vielleicht brauche ich es auch, aber für 6 Euro. Let's go. Bevor ich das ganz vergesse, Leute. Ich fand den Eure Kurs sehr cool. Ich fang richtig gut. Hat mir Bock gemacht. Ja. Als nächstes eine kleine Runde Police Department. Es ist auch fein laut hier. Was auch immer das hier sein soll. Schon lustig. Wo war meine Hut? Musikgeschmack hat es auf jeden Fall gut. Da kommen die Leute auf einmal alle her. Ich bin 1,90m. Ich habe da mal richtig Probleme mit meinen langen Knoten. Ich bin 1,90m. Oh Gott, das ist weg. Hey, richtig geiler Style. Mir hat es gefallen. Die Stimmung ist mega. Es ist voll Party drin. Für 5 Euro ist die Kraft 12 Minuten gelaufen. Ich glaube sogar ein bisschen drüber. Schon geil. Also eigentlich wollten wir, bevor es regnet, noch in Insta zum Essen gehen. Aber ich weiß nicht, wie gute Guff vor das Einbringchen ist. Es ist richtig am Ganern. So, frisch gestärkt oder mit bösen Zungen behaupten ehrenlos vollgefressen. Aber dafür mit besserem Wetter geht es hier wieder zurück auf den Platz. Wir haben jetzt knapp 1,5 Stunden. Ich korrigiere mich. Genau. In der wir das Essen dermaßen verdauen müssen. Und dann auch noch einige, teilweise sehr extreme Fahrgeschäfte fahren müssen. Mal schauen, wie das so wird. Eine Runde Geister machen. Also wir kommen ja raus, das ist der Geister statt vom Kellerhoff. Ja. Gut, habe ich es noch drauf? Cooles Ding. Gefühlt hat sich da ein bisschen was verbessert. Ich weiß nicht, ob da irgendwas zusammen hat. Er meinte glaube ich schon. Ja, lohnt sich. Schon eine coole Sache. Ungewohnt das Ding hier zu sehen. Sehr ungewohnt. Und 6 Euro. Geisterbahn übrigens 5 Euro. Und jetzt noch etwas. Nein, wir fahren da oben hin und gehen. Wir fahren da oben hin. Ja. 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 Ich hab den Helm gehofft. Oh, ho. War schön, oder? Ich muss die Versprechen einlösen. Ich hab gesagt, ich komme nach dem Weg wieder. Voll gefressen, wie wir sind. Fangen wir eine kleine Runde, oder? Ladies and Gentlemen, wir fahren an eine Runde Monster. Herzlich willkommen an Bord. Herzlich willkommen im Monster. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Mach mal und frag mal, ist der Überschwung in die Kiste. Geh' los, geh' los, geh' los! Wir fahren eines meiner liebsten Fahrgeschäfte, wonach mir absolut Kacke schlägt sein wird. Vor allem nach der ganzen Esserei von Goyne hier. Das hat er extrem gemacht. Und so das Extremste, was du fahren kannst, meiner Meinung nach. Mit so Eclipse und so. Aber dennoch mein Lieblingsfahrgeschäft. Feiert's! Wir sehen, was wir fahren, oder? Ja Leute, ich hab' mal wieder keine Abmoderation gedreht. In diesem Sinne, macht's gut Leute, bis zunächst. Tschüssi! ARD Text im Auftrag von Funk